Was ist eigentlich ROM? Im Gegensatz zum RAM ist der ROM, English Read Only Memory, nicht flüchtig, verliert also keine Daten. Zu Deutsch wird er als Festwertspeicher oder nur Lesespeicher bezeichnet, es handelt sich dabei um einen Speicher, welcher nur ausgelesen werden kann, jedoch nicht überschrieben. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die CD-ROM, deren Inhalt nach einer einmaligen Beschreibung nicht mehr verändert werden kann. In vielen Bereichen wurden ROM-Speicher durch wiederbeschreibbaren Speicher ersetzt, doch beispielsweise das BIOS, also die Software, welche bereits bei der Auslieferung auf einem Mainboard existiert, ist nach wie vor nicht überschreibbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.